wie machen wir ein seil vielleicht mache ich erst mal ein messer oder so ne wenigstens etwas wurden hungry try to eat ja wo sind die wo sind die viecher hier muss essen was ist das da ist das eine schnecke snail hungry scheiße das spiel wird gut und interessant ich liebe so ein spiel ich auch eigentlich es muss aber gut sein ich habe damals auch unglaublich green hell gefeiert wollte es halt sehr realistisch war wenn du drin warst in dem spiel war das echt geil aber wenn du am anfang so anfängermäßig war es keine chance gehabt dann war so wirklich also dann bin ich immer verreckt deswegen es kann sein dass wir hier am anfang auch ein paar mal verrecken hallo willst du mich verarschen hat naja geht doch ich muss nicht hier beeilen sag ist das hier verrottet ne die schnecke kann ich auch machen ne mach hin ne junge ich hab hunger da so okay das guckt ne let him cook so friss mal jawohl jetzt haue ich mir ein wandst voll bei der schnecke weiß ich nicht ganz die geht ja an die zu braten ne genau der anfang ist halt wirklich immer schwer aber dann dann geht es eigentlich so wir müssen jetzt irgendwie ich glaube sträucher oder so mist finde ne damit wir irgendwie seile machen können wir müssen ja irgendwie seile machen können ich kann ich kann seile erst mit so einem spinning wheel small stick metal sheet ist aber geil und verpiss ich mal so wir knallen wir haben wir metal sheet wo waren das hatten wir nicht und small sticks haben wir auf jeden fall small sticks dass wir das hier zerknüppeln einfach mal kurz den sand drin geschlagen kein problem kann ich ab so man junge eine ausdauer mehr dann latsch mal kurz schon wieder hunger der hat sich kaum gefüllt mit der scheiße komme leid gestehen wir oft zickzack zu laufen auf damit naja geht doch man du hast es uns allen schwer gemacht weil das hätte so einfach sein können naja wie dem auch sei da ist noch eine krabbe ich werde erst mal so viel kram wie möglich fressen diese eine nach der anderen wenn ich zurückkomme muss erst mal futtern und dann ist bestimmt das feuer wieder aus komischer metal sheet sehr gut steck steck stecken die steck weil sie sich ja nehmen das ist hier eingehen altes sofa die mich wollen so ihr seid auch noch dran nachher aber später erst noch habe ich angst ihr beißt ich dachte wenn der riesengrabe na gut feuer brennt noch wunderbar das feuer ist bürgeln tag hold to spin pick up rope juka ach so pick up rope wie viel juka dreck habe ich denn da ich habe jetzt seile super geil ok auf jeden fall sind wir angewiesen auf diese juka scheiße jetzt habe ich mir wieder eine dinge gemacht habe ich hier noch ein paar sticks wo ist hier mein kramfleisch rap mach mal die schnecke darunter nicht da darauf ich muss vielleicht mal anfangen scheiße ein bisschen wegzuräumen so guckt guckt kann ich futtern jetzt wird gemampft so jetzt macht er mal hier voll gut willkommen und nochmal grab arm achso sag 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 ist mit das ist eine Flasche drin ne kann ich das nicht irgendwie lesen warum ich das kaputt machen wird der auch noch mal satt hier mit deiner scheiße da also da kommt ja kaum was ne aber komm hier hin abnagen nicht kaputt machen schade ist meine axt na gut dann lass mal so nochmal kurz die ärmchen hier futter noch ist ja noch ein arm das haben wir roten 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 das muss ich irgendwie alles wegschmeißen oh ja du kleiner arsch weggeknüppelt tak 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 thirsty scheiße wir müssen irgendwie was machen damit wir warte mal gucken wir mal wegen diesen regen collector ne find piece of engineering to collect rain water banana large stick turtle shit okay es wird zeit rope haben wir wo sind die bananenflaschen hier oder nicht ne ne ich hätte jetzt wirklich gedacht hier ist nur so ein yucca dreck ja es ist sehr dunkel leider gottes guck mal das ist eine bananenpflanze hier ne ja banana tree wie was ist das? ach bananen logisch aber wunderbar wird spart zack 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 scheiße kann ich ne banane futteren? ok hier tut was gebracht aber wir müssen auf jeden fall dem nest trinken man alter wo ist denn hier der nächste bananen links hier kann ja nicht sein dass das einzige ding war scheiße hier schön das ist auf der Welt zu sein wir müssen trinken was noch hier geil absolut leute leute zack zack fertig packen wir mal da hin brauchen wir ein paar wir brauchen diesen schüttgrütenpanzer es ist soweit wir müssen es tun und trinken muss ich ich muss trinken ich muss auf jeden fall hier ne palme platt machen komm schon nicht doch da rinne wie bringt da die kokosnuss wieder nicht aber doch wenn wir süppeln wenigstens ein bisschen wenigstens ein bisschen feuchtig ist das eine schnappschild heute ne tut mir leid was soll ich machen ist der lauf der dinge ist die natur es tut mir doch auch leid okay okay so jetzt brauche ich lange Hölzerchen aber wenigstens haben wir schön ein bisschen Fleisch gekriegt und eine Schüttgröte wir haben erreicht Level 5 warum warum ist die question zack noch ein Baum open mouth smile thumbs up no water hold nischt vielen dank grampi dass du abonniert hast mein Gott hab ich mir erschrocken abonniert schon 5 Monate crazy können wir das hier vielen vielen lieben dank wir haben da Stoff drin ne das ballern wir alle da rein das ist ein Stein hier ist schon wieder aus der Dreck ne ähm grab body raw meat grab arm ich brauche Sticks hier ne ich brauche mehr Feuersticks auf jeden Fall jetzt aber los hier und zack ist schon wieder so im Arsch der Typ muss aber mal ein bisschen Ausdauer tanken hier wie nötet ihr überhaupt nö ne glaube nicht meine Axt ist schon wieder gleich im Arsch burnt scheiße ich esse was im Mittag mit guten Appetit na da zeig ich dir mal auch ne hallo das Koke an das Ding zack so dann packe ich mal hier fettes Stück Fleisch rauf warte jetzt kann ich dir das verbrannt hier burnt ich esse es jetzt einfach ok zack zack so zack so 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 voll das Problem ist wir müssen ich hoffe dieses äh Regen Ding da bringt was ey so prep table used to apply different sensing to food achso ist so ein Schlachter Tisch all those objects to be broken down into their basic components ah ok damit kannst du dein Werkzeug ähm zurück hier zurückbauen sozusagen so compost heap large farming patch windmühle raft ruder ok raft ja das ist the boat äh die bett wieder auseinander gebaut ne nur kaputt machen geht dann bestimmt aber so so viel yuka gefunden wie sei da haben wir jetzt 3 ich hab kein yuka mehr ey ich warse mein gehirn lässt nach mein gehirn ist nicht gut ey wir hauen uns mal hin wir hauen uns hin safe mal kurz ne runde dive und sleep oh ja da kommt die sonne richtig raus jetzt kommt die sonne richtig raus wow wow kein wasser ich bin aber dursten ich hab so durst was ist das hier eigentlich für eine pflanze raspberry tree aha geht mal ein okay oh ja schnell ist alles verrottet ne raw raw nee crap body okay das ist alles noch gut dachte schon es wird schon ja verrottet was ist da aber dann blueberry plant pflanze äh eine blaubeeren pflanze was ist wie was warum wächst das hier alter hawaiian blueberry keine feuchtigkeit ne also keine flüssigkeit die am dehydrate scheiße ich muss kokosnüse holen ich roh die alles nieder ne scherze warte mal loy the party oh so ist ja wunderbar fairy jetzt weiter da ist noch ne yuka pflanze wo ist du denn hier florien wird ein witz sein wird mit finn also ein dreck aber auch block weg hin finde ich nicht nächsten bom kokonaut kokonaut da willst du mir verarschen was die kokonauten da sie erde ding jetzt schnell die hat wenigstens noch gebrach alter was willst du denn ist wirklich so ein riesenwaran ne scheißvieh weg scheißvieh jetzt muss ich wieder einen anderen ort suchen verkackter dreck ey nur weil der penner da jetzt anfängt mir hinterher zu jumpen und überall hier auf der insel diese scheiße ich habe meine ausdauer hier ist aber youtube gar nicht also das finden wir auf jeden fall hier sind aber viele blöder nehm ich was ist das hier sticky note 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 in journal nicht kaputt scheiße wo journal wo ist sie hier escape bottle bla ah das ist die bottle note gewesen ok also man findet ab und zu notes ich hoffe der macht er jetzt nicht ramazama da in meinem laja sit hier surfboard oder was soll es sein hier alle vernichten ich habe das werkzeug nicht dafür ok ich habe das werkzeug nicht oh ne ein paar stickys hier mit schütz ist da wasser drin was macht denn der der idiot drink verkackter dreck jetzt halt gewusst so ein mistwasser ist da drin schatze auf jeden fall geht mein Durst weg ne also Durst ist jetzt voll aber was heißt denn das hier können wir bestimmt hier sehen informations sag ich mal hier food poison vergiftung thirsty being thirsty means ja ja halt's maul hunger yuka tree ja so consume some types of food to quickly can lead to this condition stop eating those types of food for a while to recover ich habe einen parasiten dann leckt mich doch im arsch alter ich habe einen ich habe einen parasiten high chance of getting parasites from eating raw food das ist noch trading so ich kann well relief try consuming liquids Wasser oder was verpässe ich mit dem Schild das erste mal hier versuchen den parasiten wegzukriegen man fucking ja immer da wunderbar schön kriegen wir den mit dem ja tatsache sehr schön parasit ist weg nehmen wir mal fast mit vielleicht können wir so eine so eine feuertonne machen vielleicht ist es besser da kicken hier wird überall auch nur Mist eingeschwemmt hier sind ja auch Fässer scheiße ich hoffe der Varan ist weg ich hoffe der Varan ist weg sonst ähm hm bis jetzt sieht ja da unten alles ganz gut aus bis auf Energy könnten wir ein bisschen mehr haben so drop nein guck mal kurz so Feuer ist erst mal dass ich das Bild so deutlich sehe ne provide lights and warm while offering they able to cook äh on the grill ok wir wollen small sticks wir wollen Metallbarrel wie rum ist denn das Ding ah hier ist die Öffnung machen wir mal hier einfach mit so ran ne so als Grill batz geil jetzt brauchen wir zweimal Metall vielleicht mal schlafen für Energie ja das ist korrekt aber wir haben ja noch Hälfte wir müssen noch ein bisschen unseren Tag produktiv hier machen Hälfte haben wir noch ist alles gut guck mal hier haben wir Metall super geil das Spiel ist wirklich gut ne muss ich sagen man muss reinkommen ansonsten du verreckst natürlich viel am Anfang es ist halt natürlich ein Survival Spiel es ist halt natürlich kein Larifari Kindergarten hier aber es hat auf jeden Fall was sag verpiss dich so Stick ich hab nur einen Stick gehabt ok tun wir mal hier noch mehr ich weiß nicht was der Unterschied ist ob das Grillen schneller geht wir werden es rausfinden auf jeden Fall zack paar Stickies ich werd mir mehr reinwerfen ne vielleicht brennt das Feuer auch länger wo jetzt Wind geschützt ist oder so was ist denn mit dem Schmetterling los also wirklich der macht mich irre da wann lass es es tut mir leid aber er genervt ok es können nicht mehr Sticks da na los jetzt aber na siehst du geht doch ich weiß gar nicht was dein Problem war so was ist hier es sind alle raw hallo raw alter ist das ein Zinken hier what ich kann mal eine Banane essen ne zwei Bananen blöde ist nur ich kann das nicht frisch halten ne das ist Schrott die lagern so das ist so ab der 25 Small Sticks ich muss das da wegnehmen ne sonst einfach mit dem weg ähm 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 scheiße wie kann man das lagern hier brewing used to store season of food used to store seasoning food wir brauchen Leder 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 Riemen ich würde mir gerne mal ein besseres Brett bauen ne das werden wir mal machen hier hinten kommt unser hier kommt unser Lager schön dass ich jetzt die ganzen egal ich hab hier oben noch lauter ich muss auf den Varan aufpassen immer noch ne dass der hier wieder aus der Ecke raus hier die Jacke kommt so das brauchen wir auf jeden Fall lange Sticks da 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 so gib mal her hier dann können wir nämlich auch ein paar Stämme sammeln dann werden wir auch gleich das nächste Lager machen mein Axt ist schon wieder gleich im Arsch ne sind ja Varane hingegangen die dumme Saudi ich bin einfach verpisst ey ich weiß ganz genau dass der hier irgendwo eine Ecke hat ey der Schmetterling schon wieder ne jetzt ist es ein anderer was war da who's berry plant abhaken auch ein paar Sticks und ein paar Berries ich mag Bären und gut brauchen wir auch noch ein Lager äh damit wir hier die langen Stöcker hier noch sammeln können wunderbar ähm haben wir hier irgendwie noch Stämme hier drinnen ich hab doch hier ein bisschen was umgesäbelt oder nicht nee alles schon okay sammeln wir mal alles auf was hier so im Wald rumliegt äh in dem Wald vor allen Dingen zack 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 ich hab nicht gefällt was ist das hier eigentlich new tree Stein hab ich noch Seil hab ich auch sollte kein Problem sein jawoll was sind das large sticks chinchowat chinchona bark maybe use the rezept ähm neues Rezept okay ist alles voll hier was soll das pack mal die die langen Stöcker beiseite die werden wir noch brauchen zack 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 hab ich gesagt so gucken wir in den Rezepten da ne irgendwie da war ja auch so eine blueprints so nicht doch danke zehn Dinger hier da drin zehn locks so was small stick irgendwie things from my backpack ach so ist halt ne große box ich kann hier ernst sein wirklich fehlt mir ein stock es regnet ne das hört sich zumindest so oder ist das nur das Feuer das Drecksfeuer hier kann ich jetzt eigentlich die Hornisse da oben brennen ist das ein Vieh ne ekelhaft muss ich mir alles genau angucken ne weil du kannst ja von den Pflanzen hier auch irgendwie lernen ne ich mach die Tür auf da mische ich mir drin wer mischt hier drin wo very tired you need this ah ich muss schlafen bin very tired so warte mal wo sind denn die blueprint Dinger hier blueprints ja toll aber so lerne ich nischt so was ist denn hier mit die informations zack gooseberry planche bark of these trees is used to create a cure for malaria oha ok alter malaria gibt's hier auch wie mit malaria coo oh gut wo ist das hier coco plant Nee, wie immer. Ach, der Jutta, der Ingo. Rotten Crap, buddy. Fuck. Dark Green Simulation Leaf. Okay. Ach, der schafft es schon. Ich vertraue auf Ingo. So, ich nehme mal jetzt die ganze Käferkacke und so, pack das da hinten am Wasser weg. Und dieses verrottete Fleisch und so. Was soll ich damit hier? Ne? Ballert mal alles hier ins Wasser. So, komm weg damit. Weg. 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 So, rotten Scheißdreck. Das schwimmt ja, verdammte Kacke. Das andere ist alles noch. Okay, wir haben uns hier schon ein bisschen was aufgebaut. So, ich muss auf jeden Fall pennen jetzt. Können wir auch mal safen. Es ist 10 Uhr 26. Hat er jetzt gespeichert? Hat er? Dann schlafen wir mal für 6 Stunden. Unser Gehirn ist wieder voll. Ausdauer aber nicht. Mal 10 Stunden. Lass uns mal 10 Stunden pennen. Ich kann nicht sleep too much. Scheiße. 8 Stunden, dann machen wir trotzdem wieder. Fresse. Er sagt mir, ich habe zu viel geschlafen. Dann werden wir mal Beere fressen. Noch eine, wo es so schön war. Was haben wir hier noch? Boah, ich hätte fast die verrottete Banane gefressen. War das hier auch eine Rottenbanane? Mann, jetzt hat die da hingelegt. Alle drottige Zeug ins Wasser. Hier, da können wir nochmal gekochtes Fleisch futtern. Dann würde ich sagen, bauen wir noch so eine Lagerkiste. Was auch immer. Damit wir hier das ganze Pflanzenzeug darin babbeln können. Das sieht schon ganz nett aus. Wir haben schon hier echt ein bisschen geilen Scheiß gebaut. So, Lager. Close. Einfach mal so. One large stick und drei Lockteile. Ja, den Dreck. Zack, zack. Und wie auch auf, eine große力ste, Das war im Schiff. Der Dreck.